Nena, ich flehe Sie an, gehen Sie nicht so früh. Das geht nicht. Das geht, wenn ich zu Ihnen komme. Nein, das geht nicht. Doch, ich werde die ganze Nacht in diesem Garten sitzen. Ich werde die Kinder auf der Gitarre getankt. Ich liebe Sie. Da nähert sich mein mächtiger Feind, der Teufel. Ich sehe seine schrecklichen, glutroten Augen. Es riecht nach Schwefel. Soll das so sein? Ja. Das ist ja für meine Regie einfallen. Mama! Aus! Stopp! Das Stück ist dein Leben! Vorhören! Was? Was soll das? Ich habe heute diese Möbel erschossen. Ich lege sie Ihnen zu Füßen. Was ist los mit Ihnen? Bald werde ich mich genauso töten. Bis zum nächsten Mal. Musik